und Herzlich Willkommen zurück bei ATMC. Heute sprechen wir mit dem Cleverbot. Im Hintergrund ist er Kei Kno. Ja, und dann fangen wir erst mal an. Clev... Sagen wir erst mal Hey Cleverbot. But... What is your name? To see and yours? Ja, er möchte mal wieder Englisch sprechen. I have already told you. Can we speak German? I don't can speak English. Englisch... So... Good. Ich komme sofort wieder. Bye. So... So... Wie... So jetzt fragen wir ihm erstmal wie es ihm geht. Wie geht es dir? Okay, danke, wie geht es dir? Ja... Ja, er denkt noch, kannst du uns für unser Projekt... ...zu DAPS ZERP... ...Projekte noch falsch schrieben. Ja... Der Projekt... P-R-O-J-E-T-K... Und ich habe ja, ich mag auch Pokémon. Ja, meine Lieben, ja, ich komme sofort wieder, ich muss bleiben. Oder... Alter... Ich mag auch Pokémon. Dich nicht. Du hast doch eben gesagt, dass du Hunde magst. Er schreibt da, ich mag auch Pokémon. Schreib ich, ich nicht. Und er... Du hast doch eben gesagt, du magst, dass du Hunde magst. Nein... ...habe... ...ich nicht. Ihr müsstet mich grad mal in der Facecam sehen. Doch, hast du! Nein! Doch! Nein! Doch, doch! Nein! 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 Wieso denn nicht? Weil... ...ich... ...Kat... ...zen... ...mag... ...und... ...hunde... ...nicht. Okay? Ne... Was für Katzen? Nimm's noch! Kleine... ...Katzen, die... ...süß... ...sind. Ich mag nämlich wirklich Katzen. Meine Katze, es geht um deine Katzen. Ich hab geschrieben... ...also er schreibt... ...wieso denn nicht? Ich? Weil ich Katzen mag und Hunde nicht. Was? Er schreibt, was für Katzen? Kleine Katzen, die süß sind. Er? Meine Katzen. Meine Katze? Es geht um deine Katze! Was willst du jetzt von mir? Was willst du jetzt von mir? Ich weiß nicht, was ich will. Cleverbot. Eigentlich nix. Gut. Wie... ...geht... ...es dir? Nochmal. Leider schlecht. Warum? Worum geht's dir schlecht? Kleiner cleverbot. Weil... ...warum ist eine Frage... ...und bekommt... ...und eine Frage bekommt ein... ...Habe... ...Fragezeichen. Habe ich doch... ...gemacht. Nein, das ist gar nicht wahr. Ich komm... ...wir das Video ja nicht zu kurz machen. Ja. Doch. Doch. So. Okay. Belassen wir es dabei. Ja. Ähm. Wollen wir... ...uns mal... ...treffen? Wieso? Nur so. 21? Okay. Okay. Belassen wir es dabei. Ich? Ja. Wollen wir uns mal treffen? Er? Wieso? Ich? Nur so. Er schreibt 21. Er schreibt einfach auf die Frage... ...wollen wir uns mal treffen? Wieso? Ich dann? Nur so. Und er? 21? Was? Habe ich jetzt auch mal geschrieben. Wie groß bist du? 1,3 Meter. Und du? Er ist wahrscheinlich nur so... ...ein paar Zentimeter groß. Weil es ja auch nur kleiner... ...bananapai wahrscheinlich ist. Cool. Magst du mich? Klar. Hast du noch ein Witz? Ich... ...ich... ...fra... Ich schreib cool. Magst du mich? Ja klar. Hast du noch einen Witz? Nein. Das habe ich mir gerade auch ungefähr so gedacht. Das habe ich mir gerade auch ungefähr so gedacht. Das Zenser müssen nach unten verschieben. So. Nein. Ja. Lass mal... Ich schreib... Er? Klar. Ist noch ein Witz? Ich? Nein. Und er? Lass mal hören. So. Wisst ihr das? Nein. Das hat keinen Sinn mehr. Weil... Du... Ich habe keinen... Kien genau keinen Bock mehr mit dir zu schreiben. Tschüss. Ja. Dabei hänge ich hier auch mal die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja. Das ist ja traurig. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschau.